Hallo und willkommen zurück zu Tales of Graces. Okay, wir müssen jetzt diese behinderten Blöcke hier irgendwie... So, warte mal, ich bin jetzt bei Rot. Rot muss runter. Ah, ich kann... Scheiße! Blau. Hm. Keine Ahnung, ob das irgendwie jetzt funktioniert hat. Nee. Das ist natürlich nicht. Das Blau ist jetzt sogar schon zu hoch. Ich bin jetzt nicht. Ich bin jetzt nicht. Hm. So. Ach, Mann. Tatsache. Abgefahren. Oh Gott, ist das riesig. Das ist wohl verriegelt. Ah, okay, jetzt weiß ich, wo ich bin. Na, dann komm her. Ja, da wird dann mal sein Tempo-Bilder bekommen. Oder sein Tempo-Bilder. Ja, komm schon. Na komm schon. Komm schon, Restive Blades. Drei raus. Let's go. Restless Shock. Never, never. What's our motto? Never give up. Süß. Haha. Wo komm ich denn jetzt hoch? Das sieht doch schon mehr nach dem aus, was ich so suche, hä? Huh? Das sieht aus, wie eine Art Lab. Hm. What does it say? The data's all damaged, so it's kinda hard to tell. I think it's some kind of research log. Signs of change apparent in Fodras Core. Further details are unfortunately unclear. Researchers who have been sent to investigate are due to return shortly. We asked Director Cornell for his opinion, but he has yet to respond. He appears to believe that his research with Lambda will somehow provide us with the answers that we seek. In the meantime, we've asked Emmerod for her assistance. We hope this leads to new developments in our quest for the truth. The birth of the little queen. In truth, we're not quite sure how to handle this predicament. Our initial research team was completely annihilated. Survivors from the second team, however, managed to bring back samples for further study. Unfortunately, these survivors are in critical condition and are undergoing medical treatment. They aren't expected to live much longer. We must not let their sacrifices be in vain. We will begin researching the samples immediately. So it's Lambda and Emmerod again, is it? And something called the Little Queen. Any idea what he's talking about? Fodras Core produces Elith, which has an effect on creatures the Core created. Nothing more. Do you know something, Lambda? I, too, was created by Fodras Core. It is a trivial matter for me to observe the flow of the Core's Elith. Is it possible the Core will affect you? Or Sophie? Do you fear the evolution of my power? Are you afraid of losing control? No, it's not that. I'm just worried that you and Sophie might be... hurt. Hm. Hmm. Haspel, your eye! Are you okay? Me? No, I'm fine. Are you okay? I think so. But I feel... strange. I'm not sure what it is. But it's like I felt it before. If everyone's ready, we have more exploring to do. Let's see what we can find. Okay, all of course, here we go, huh? What do you find... What do you find here, huh? What do you find here? What do you find here? What do you find here? I hate this place at all. You hate this place? So what place do you like, Sherryah? I like Loant and I love that flower meadow on Loant hill. Do you love Asbel? Asbel? Um, that isn't really the kind of love I was talking about. Oh, because I love Asbel. Well, if you put it like that, then I guess I do too. Hooray! We both love Asbel. I also love crablets. Crablets? They're so delicious. Do you hate crablets? I don't hate crablets. No, but I just... I wouldn't put them at the same level as Asbel. Ich glaube, Sophie sowas zu erkennen ist relativ schwierig. Würde ich jetzt mal behaupten. So. Ich würde sagen, wir gehen jetzt einfach da hinten weiter, weil die da alle ganz spannend hingeguckt haben. Das geht nicht auf so mehr. Na toll. Na gut. Also doch nach rechts. Oh, den Weg noch später wieder zurück, Alter. Das finde ich nie wieder. Oh, den Weg noch nicht. Oh Gott, das ist ein Weg. Überbringer schlechter Kunde. Oh. Sofie. 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 Sofie's words are clear. She won't come back, and he won't see her again. Although that's not all there is to it. No, that's not all. Death also brings an enduring feeling of loss that takes hold in the hearts of those who continue to live on. It makes me wonder if Sai is capable of such a motion. I doubt it. An enduring feeling of loss for those who remain. I wonder if that's what I'm starting to feel. This murky fog building up in my chest. Kann ich mir gut vorstellen. Äh, gut vorstellen. Entdeckung. Kernprobenbuch. Duft einer Frau. 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 Stop time. Oh my gosh, I would love to be able to stop time. So even you feel that way, Pascal? Heck yeah! Whenever I get dirty, I think about stopping time so I won't get any dirtier. Then I'd never have to take a bath. When you say things like that, your suitors may start to lose interest in you. Suitors? What suitors? What? Well, uh... Hey, Hubert, why don't you answer? Me? Why do I... I mean, for me, uh... See, that's not particularly a problem. Of course not. We all know you're... Addicted to her aroma, right? Eww. Na, lecker. Die Unterhaltung hätte ich mir echt schenken können. Bäh. Na gut. Gehen wir weiter. Alter, wo bin ich denn jetzt hier? Das ist ja der Wahnsinn. No, vielleicht... Maybe... Was ist das? Es ist völlig anders als Affinia, Lestalia. Es ist wie es ist. Something ist falsch. Geh zurück, schnell! Pascal! Was ist passiert? Oh mein Gott, was ist das denn für ein Vieh? Okay. Oh, der kann auch noch Ars einsetzen. Nein! Okay, mhh... Schau und BAM, wie lahm sich meine E-Less-Leist auflädt und wie schnell die vom Gegner. Ja! Ich hab ihn aus! Wir haben es geschafft! Was war das? Ich weiß nicht, aber eine Sache ist ziemlich klar. Es ist etwas falsch mit Fodoris Core. Aber mit dem Begriff, ich weiß nicht, ob wir mehr finden können. Pascal, irgendwelche Ideen? Oh, ich weiß es! Warum stimmst du diesen Humanoid? Ich möchte, dass die Informationen, die es aufgerichtet hat, während es noch funktioniert hat. Ich weiß nicht, ob wir es aufgerichtet haben. Ich weiß nicht, ob wir es aufgerichtet haben. Ich weiß nicht, ob wir es aufgerichtet haben. Ja, es wird die letzte Teil von Protos Hase aus. Ich weiß nicht, ob wir es aufgerichtet haben. Ich weiß nicht, ob wir es aufgerichtet haben. Wir wissen nicht, was die kleine König ist. Wir müssen uns aufgerichtet werden. Ich weiß nicht, ob wir es aufgerichtet haben. Wir müssen uns aufgerichtet werden. 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 Fodra, sagst du, was du willst? Was ist das alles? Es sieht, dass es stattdessen wurde, bevor Sophie wurde. Also, die kleine Königin war eigentlich... ... die Frau in der Körse? Das ist das Problem. Aber die Frage ist, wer ist sie? Genau. Und warum hat sie mich so viel an Sophie? Ich weiß nicht... Ich weiß sie. Was ist passiert? Ich verstehe es nicht. Emmerod sagte, dass die Daten von der kleinen Königin wird Proto sein. Proto sein... Proto sein... Das war mein... mein altes Name. Ich glaube, dass wir besser... ... diese Diskussion ausziehen müssen. ... die Leute sind. Warte, warte! Ich will die Daten von dem anderen Menschen. Pascal, schnell! Oh, jetzt, was? Was ist das? Look at that! Is that her? Who are you? Wait! Please stop! We don't want to fight you! We don't want to fight you! Ezra! Stay back! Cheerio! Oh no! How did you... Child of Fodra. Huh? She can speak. Come to me. Watch out! Sophie! Watch out! Everyone move! Pascal! Almost there! And done! Sophie! Come on! Let's get out of here! Okay, Speicheldaten. Wie soll die Daten ein Humane... Entnahmen? Okay. Alter! Alter! Was ist denn hier nicht in Ordnung? Fuck! Scheiße! Ah! So ein Rot! Ah! Alter! Ach ja, da kann's aber nicht mehr rein in den Fahrstuhl. Ja, ne? Klar! Verarschen kann ich mich echt selbst! Wieso bin ich denn jetzt schon wieder hier drüben? Ich wollte gerade sagen, geht's da nicht weiter? Alter! Wah! 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 Was stimmt denn nicht hier? Wah! Äh! Alter, das geht gar nicht! Das geht gar nicht so was! Hau ab! Hau ab! Alter! Verpisst euch! Das ist hier der Wahnsinn! So ein Rot! Alter, guckt euch das mal an! Ich komme hier gar nicht mehr vorwärts! Wenn ich mich nur nicht brauche, bin ich gleich tot! Ja, natürlich! Klar! So! Verarschen kann ich mich wirklich selbst! Boah! Dann was cool ist dieser Tempomodus abgauert? Ja, doch! Ja, doch! So voll ist dieser Tempomodus abgauert! Will der Scheiß mich hier eigentlich verarschen? Na also geht doch! Meine Fresse! Move it, Sophie! Asbel, hurry! Gut gefangen würde ich mal sagen, hm? Dankeschön, Richard. Du bist glücklich, dass du nicht tot bist. Ich verstehe. Das war extrem schrecklich, mein Bruder. Insofern, er ist sicher. Aber wer war die Frau? Ich weiß nicht, aber sie fühlt sich irgendwie... familiar. Sofie? Was ist das? Hurry, Pascal! Wir sind noch nicht sicher. Wir sind nicht? Jetzt sind die Frau hier wieder. Das kommt von der Medow in Lott. Ich weiß, was du sagen. 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 Das ist krass. Erbärmliches Ende. Have you forgotten that Emerod planned for Sophie to sacrifice herself in order to destroy Lambda? And that she was the main cause of Lambda's pain in the first place? How can you feel for her? I do. I sympathize with her being forced into making such a cruel decision. Maybe we can honor her memory by seeing this world through to a brighter future. So very Asbel. Yes, but that's what I love. Na gut. Ich hätte sie speichern. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder, Leute. Macht's gut. Tschüssi.